Sonnenskilauf im Frühjahr 2009. Das heißt jede Menge Schnee, Sonne und auch Action. Die Bisten sind aufgrund der hervorragenden Schneesituation heuer sicher bis weit über Ostern in einem ausgezeichneten Zustand. Genießen Sie die milden Temperaturen und jetzt auch schon die längeren Tage. Und auch das Après-Ski, das findet jetzt im Freien statt. Jetzt Sonnenskilauf in Obertauern.